Bei The Masked Singer tritt in diesem Jahr zum ersten Mal ein Sänger-Duo an. Viele Fans sind sich schon nach dem ersten Auftritt sicher, bei den süßen Erdmännchen handelt es sich um Daniela Katzenberger und ihren Ehemann Lucas Cordalis. Auf Instagram legt das Paar jedoch ein gekonntes Ablenkungsmanöver hin. Dennoch haben die Fans längst herausgefunden, dass sich das Paar derzeit nicht in ihrer Wahlheimat Mallorca, sondern in Deutschland befindet. Er spricht also alles für ihre Teilnahme bei The Masked Singer. Unter Lucas Cordalis' letztem Instagram-Bild häufen sich die Kommentare. Oh, ah, ihr seid schon längere Zeit in Deutschland. Ihr wisst, dass es hier Erdmännchen gibt, oder? Hey, ich bin mir so sicher, dass ihr die Erdmännchen seid. Ich hab euch mal im Dirndl in Ledertracht singen gesehen und das erinnert mich sofort daran. Jetzt sag ich auch, hundertprozentig seid ihr die Erdmännchen. Was denkt ihr? Verbergen sich die beiden wirklich unter den Kostümen? Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.